Der hat, wie gesagt, da wo diese hohen Wellen sind, jetzt Pflanzgarten so, wie gesagt, über die Kuppe, da kann ich nicht so schnell fahren, da wird meiner unruhig so ein bisschen. Und unten in dem Geschlänge. Jetzt weiß ich wieder, glaube ich, so ein bisschen ein Schmalkens nach drin. Da liegt seiner viel besser als meiner, würde ich jetzt sagen. Liegt wahrscheinlich dann dort dran. Räder machen sehr gerne weiche Abstimmungen. Räder machen sehr gerne. Räder machen sehr gerne weiche Abstimmungen. Das war's schon mal, ich glaube, das war in der Kasse. Hier war ich schon wieder. Ah, okay. Das ist der Weg der Dauerzeit in Taiwan. Zu Amberg eine Karte. Ha ha, unser Freund von vorhin. Ach ja, der hat aber auch wirklich so fliegen gelassen, der war ja wirklich überall voll auf der allerletzten Relle unterwegs. Hingeschlagen ist er nicht. Hier die Dinger nimmt er besser, aber den Fahrer nimmt er so ein bisschen, springt er so ein bisschen. Ja, wie soll ich euch? Da ist es wieder, oder? Ja, genau. Oh, der jetzt nicht langsam ist, muss man ja schon sagen. Ich konnte schon noch einigermaßen dran kommen. Also, da ist das einigermaßen. Eskissiert sich, wie man ist. Jetzt muss einmal die Dinger fahren. Das ist eine dieser. Die Dinger ist wirklich so einigermaßen. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Fuck, ey! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bitte? Ich bin ausgebremst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war eins von den Ping, die im Karussell waren. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal.